Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.270 US-Dollar. Wenig Veränderung, wir haben gestern Abend nochmal, oder gestern Nachmittag nochmal einen leichten Push nach oben hingesehen. Haben somit den, in Anführungszeichen, FED-Abverkauf oder den Justin-Sun-Abverkauf, also der von dem Tron-Gründer, wo dann SEC die Klage erhoben hat, mittlerweile wieder aufgefangen. Jetzt konsolidieren wir ein bisschen, ob wir immer noch die Möglichkeit sehen, dass die 30.000 US-Dollar näher kommen. Das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Signale oder sonstige Sachen und Updates. Kommt da gerne rein, Link unten in der Videobeschreibung, würde ich mich freuen, einige von euch da drinnen zu sehen. Und noch ein bisschen Eigenwerbung hier, wenn ihr noch eine Kryptobörse sucht, checkt gerne BingX, meine Partnerbörse ab. Dort gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Aktien auch, das seht ihr dann jetzt zukünftig immer mehr auf dem Zweitkanal auch, also auch gerne den abonnieren und ja, gerne abchecken, Link unten in der Videobeschreibung. So, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wie gesagt, bei 28.270 US-Dollar. Wir befinden uns weiterhin in unserem Up-Trend. Das einzige Bearish, was jetzt gestern kurzfristig aber auch positiv war, ist, dass wir diesen Abverkauf, den wir den Tag zuvor gesehen haben, nach der Fettsitzung, wieder komplett recovered haben. Dann ging es wieder runter. Das heißt, wir haben hier nochmal diese Zone bei 27.700 US-Dollar getestet. Und jetzt konsolidieren wir hier wieder in so einer Art Triangle, was ich jetzt hier nicht einzeichnen werde. Finde ich jetzt einfach nicht richtig. So, das einzige Bearish, was ich jetzt eben gerade angesprochen habe, wir hatten ja vorher mal über dieses Rising Wedge darüber gesprochen, dass dieses meines Erachtens nach komplett invalide ist. Wir haben es jetzt gestern nochmal geretestet, hier bei diesen 28.800 US-Dollar und wurden abverkauft. Was auch noch dazu kommt, deutlich weniger Handelsvolumen, was diesen Pump erzeugt hat. Und wir haben kein höheres Hoch. Das heißt, wir haben jetzt momentan so ein bisschen die Chance auf so ein kleines Doppeltop. Ist aber für mich weiterhin kein Grund zu shorten, weil ich immer noch davon ausgehe, und da gehen wir jetzt wieder mal in den Daily-Time-Frame, dass wir uns hier oben diese Bereiche zwischen 29.250 bis 32.000 US-Dollar noch holen könnten. Dort liegt einfach die meiste Liquidität. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir uns diesen Bereich nicht holen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben hier in dieser Woche jetzt einen enormen Pump gesehen. Wir haben sehr, sehr viel Volumen natürlich auch nach unten hin noch zu holen. Ich bin der Meinung, dass das noch geholt wird. Zumindest die 25k ist immer noch dieser Bereich, den ich die nächsten Tage und Wochen erst an meinen Blick halten würde. Kurzfristig gehe ich aber davon aus, die 29.2 einfach aufgrund eben dieser Daily-Demand-Zone, aufgrund dieser kleinen Ineffizienz, wenn man hier nochmal guckt, die wir hier oben in diesem Bereich noch haben, die würde ich mir gerne noch holen, bevor ich hier überhaupt über einen Short nachdenke. Jetzt geht es natürlich Richtung Wochenende. Wir haben keine Bearish Divergence, die hat sich mittlerweile wieder aufgelöst. Und das ist das, was ich auch ein paar Tage zuvor gesagt habe. Nur weil wir eine Bearish Divergence auf dem Daily-Time-Frame haben, heißt das nicht, dass ich die wieder recovern kann. Und das haben wir jetzt eben hier gesehen. Wir haben ein höheres Hoch im RSI gebildet, zwar noch kein höheres Hoch im Chart. Das heißt, wir haben auch so eine Art Hidden Bearish Divergence, also ein bisschen vorsichtig sein hier. Aber es spricht noch nichts dafür, dass wir jetzt einen massiven Abverkauf, zumindest nach heutigen Stand jetzt, kriegen die Arbeitslosenzahlen gestern. Waren wir da so ziemlich wie erwartet. Also auch hier noch keine richtigen Kursausschläge zu erwarten. Das Einzige, was dann wiederum war, Finanzministerium hat gesagt, man soll dem Banken vertrauen. Also ihr wisst, was ich davon halte. Ja, braucht man eigentlich gar nicht mehr näher zu erläutern. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame. Wie sieht es hier aus? Wie gesagt, wir haben uns dieses Hoch hier nicht geholt. Weder auf den 1-Stunden- noch auf den 4-Stunden-Time-Frame haben wir uns momentan diesen Bereich hier oben geholt. Das heißt, um hier Bullish weitermachen zu können, müssen wir mindestens ein Close über 28.882 US-Dollar, äh 28.700 US-Dollar haben. Das ist die Zone, die jetzt erst einmal zählt. Solange wir hier drunter konsolidieren, haben wir eher so einen kleinen Abtrend, den wir hier bilden. Das zeichne ich euch auch mal ganz kurz ein. Dieser Trend, solange der hält in diesem kleinen Ascending-Triangle, ist meines Erachtens nach noch alles in Ordnung. Solange dieser, oder sobald dieser bricht und wir ein Lower Low kriegen, sieht es dann ein bisschen übel aus. Was mich ein bisschen gewundert hat gestern, um hier nochmal ein bisschen auf den Trailer's Reality-Indikator rüber zu kommen, wir haben hier noch eine fette Vector-Candle. Die geht bis ungefähr 27.470. Würde auch das Psi-High hier nochmal bedeuten und halt eben diese Vector-Candle. Dass wir uns diese gestern nicht mehr gefischt haben. Das heißt, es kann heute im Laufe des Tages nochmal ein bisschen zu Kursausschlägen nach unten hin folgen. Ich würde mir gerne, bevor wir hier weiter nach oben hin ballern, gerne nochmal diese Vector-Candle holen, weil sonst ist für mich die Unsicherheit einfach da, dass wir erst einen Fake-Out nach oben hinkriegen und dann komplett nach unten hin in Richtung 25.000 US-Dollar ballern. Das ist jetzt so ein bisschen noch das kleine Zünglein an der Waage, würde ich jetzt erst einmal sagen, wäre aber für mich hier auch eine kleine Position, um hier long reinzugehen. Wir schauen mal ganz kurz das Risk an. Entry 27.460 mit einem engen Stop-Loss von, ich sage jetzt mal, knapp 1%, was wir hier unten hin haben. Signal würde ich dann, wie gesagt, in die Telegram-Gruppe reinposten, sollten wir hier noch im Laufe des Tages runterkommen. Aber ansonsten seht ihr schon, Volumen sehr, sehr Mangelware. Klar, wenn wir jetzt hier diesen Peak mal ein bisschen ausschalten, wo wir da vor ein paar Tagen hatten, Volumen-Candle bis hier hoch. Die hatten wir, das war gestern die Candle. Das war nicht gigantisch hoch. Und dann auch hier nochmal ein Wig, aber es gefällt mir momentan so ein bisschen, diese Konsolidierung gefällt mir eigentlich nicht. Grundsätzlich muss man aber auch dazu sagen, Konsolidierung unter Widerstand, nimmt dem Widerstand immer so ein bisschen, sage ich mal, seine Würze und seine Stärke raus. Aber ich habe das auch gestern im Livestream immer ein bisschen verglichen, so mit den letzten Pumps, die wir hatten. Wenn wir uns das mal hier, diese Konsolidierungsphase hier angucken, klar, wir hatten nochmal ein höheres Hoch, dann ging es runter. Und so, diese Konsolidierungsphase geht jetzt schon über mehrere Tage. Und das ist das, was stutzig macht. Das heißt, ich kann mir noch vorstellen, dass wir uns eben diesen 29.2, 29.3 bis maximal 31k holen. Das wäre dann auch so ungefähr die Range, wo ich sagen würde, okay, hier einen Short reinmachen, einen größeren Short, und dass wir dann zumindest den Abverkauf in Richtung 25.000 US-Dollar sehen. Übergeordnet will ich euch aber jetzt auch nochmal ganz kurz was zeigen, wenn wir uns das FIP-Level noch dazuziehen. Und zwar von unserem ganzen Pump-Level von da unten haben wir auch noch die Marke von 23.300 US-Dollar. Passt sehr, sehr gut mit ehemaligen Support und Widerständen hier in diesem Bereich bei den 23k. Die sehe ich aber nach jetzigem Stand noch nicht kommen. Wichtig ist, wenn wir die 25k halten, können wir auch Richtung 34k brechen. Die 25k wird es ganz, ganz wichtig sein, dass die 23k halten. Das sind jetzt momentan einfach die Key-Levels, die ich im Blick behalte und die unbedingt gehalten werden auch müssen für weiteres bullisches Momentum nach oben. Aber wie gesagt, ihr seht, es passiert momentan wirklich sehr, sehr wenig. Wir müssen warten, was so die nächsten Stunden bringen. Long-Möglichkeit 27, was haben wir gesagt, 27.4 bis, ich sage jetzt mal, 27.2 rum, Stop-Loss. Ansonsten Short-Möglichkeit sehe ich ab 29.2, 29.3 auf uns zukommen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber zu Ethereum. Wie sieht es hier aus? Auch hier keine Änderung, das einzige Positive. Was man hier ein bisschen, sag ich mal, sagen muss, ist, dass wir ein höheres Hoch gebildet haben. Das sehen wir hier. Wir haben über diesen letzten Week hier drüber geschlossen, kurzfristig nur, dann kam so wieder so ein leichter Abverkauf. Aber grundsätzlich haben wir schon mal ein höheres Hoch. Das ist der Vorteil, den wir gegenüber Bitcoin momentan haben. So, wir haben aber das gleiche Szenario, wie bei Bitcoin eben auch drüben. Ihr seht hier einerseits diese schöne Größe, ein Stunden-Demand-Zone. Ihr seht diesen krassen Pump. Wir vergleichen das ganz kurz, haben wir hier einen Vektor. Und was für einen, passt auch perfekt mit dem 2-Low von letzter Woche noch überein. Also für mich persönlich, dieser Vektor sollte vorzeitig geholt werden. Das heißt, im Laufe des Tages, ehe es wir erst später tun. Lieber jetzt. Das heißt, ich würde jetzt hier keinen Short reinmachen, aber zumindest hier einen Long-Versuch ab 1.760 US-Dollar starten mit WIC hier oben, wo die meiste Liquidität momentan noch liegt. Und dann schauen, ob wir hier drüber schließen. Schließen wir drunter, ist es ein klares Short-Signal für weiter sinkende Kurse. Wenn wir uns das hier auch Setup-mäßig ein bisschen angucken, Long-Möglichkeiten mit einem Stop-Loss, müssten wir hier drunter legen, auf jeden Fall unter diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone. Wären wir bei 1,74%. Würde ungefähr passen, was ich mir bei Bitcoin momentan vorstelle, mit den 27.200 US-Dollar. Also das mal ganz genau im Blick behalten. Grundsätzlich gilt diese Range hier noch. Sieht man viel, viel besser im 4-Stunden-Timeframe, wenn wir uns die Closest hier ein bisschen angucken. Diese Range ist momentan das Nonplus-Ultra. Klar, 4 Stunden Clos da drüber war. Aber wir müssten meines Erachtens nach, um hier endgültig bullisch zu sein, dieses Hoch hier oben 1.840 US-Dollar rausnehmen. Dann bin ich hier absolut bullisch. Und dann können wir auch Richtung, ich sage jetzt mal 2.031 US-Dollar vorstoßen. Also ihr seht, wir sind momentan einfach ein bisschen so Konsolidierungs-Seitwärtsphase. Gibt wenig zu berichten. Es gibt trotzdem ein, zwei Setups, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Newstechnisch sollte heute, glaube ich, nichts mehr kommen, was ich so im Wochenausblick gesagt habe. Das Einzige, was ich gerne nochmal ansprechen wollte, war Gold, weil Gold extrem gestern wieder gepumpt hat. Hat sich hier aber nur so eine Art Doppeltop gebildet. Wobei ich hier die Chance auf jeden Fall noch sehe, dass wir die 2010 US-Dollar-Marke noch knacken, um einfach das Hoch hier abzufischen. Und dann wird sich das entscheiden. Doppeltop oder nachhaltige Bewegung. Das gleiche Spiel wie bei Bitcoin sehen wir hier momentan. Einfach weiterhin die Entkopplung von Krypto, von Gold. Das wird interessant zu beobachten sein. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch von mir. Später kommt dann noch das XRP-Update-Video. Wie jeden Freitag, ihr kennt es da draußen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von mir. Wir hören uns später wieder. Und Like da lassen, Abo da lassen und gerne in die Telegram-Gruppe joinen. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.